Leute ich bin ja gestern abend schon am nächsten stop angekommen und wo bin ich da wo es den leckeren Fla gibt ich bin in Leer bei Rita Kruse wieder ja was machen wir heute bestimmt irgendwas leckeres nämlich das was wir das letzte mal nicht mehr so ganz geschafft haben weil es da einfach viel zu viel zum essen gegeben hat und ja das sehen wir nachher draußen aber ich brauche jetzt der schüssel dass ich Fla essen kann so also dieser Fla hier er ist auf alle fälle dicker als der wo ich selber gemacht hatte abspeichern für das nächste mal und der ist lecker einfach nur lecker ich habe da jede menge mitgenommen für zu hause mein schatz wird sich auch freuen ja aber Leute wir sehen uns dann draußen denke ich mal als nächstes wenn wir dann was leckeres machen willst du gleich sagen was wir heute machen Rinderfilet a la Strindberg genau mit Bohnenpäckchen und Kartoffeln und Packzeug das hört sich doch schon mal lecker an also bis nachher so Freunde mittlerweile halb fünfe Zeit ist vergangen wieder wie im Fluge wir machen jetzt richtig geile hoffe ich zumindest Leberkäse Bällchen mit ohne Käse gefüllt und Bacon umwickelt schauen wir uns schnell die Zutaten an einen guten Leberkäse schauen wir mal ob der Ostfriesen Käse mir auch schmeckt Bacon und Käse für was die Wasserschale für die Finger für die Finger okay ja und was haben wir da für einen Käse was ist das Mozzarella Mozzarella mit Tomate Basilikum Tomate Basilikum Tomate Basilikum oh den verbrauchen wir auf okay Leute wir legen los und hinterher zeige ich euch das Ergebnis unsere Bällchen haben wir jetzt ja zu dritt fertig gebastelt und wie werden die zubereitet weiter ich nehme an die kommen auf den Grill du nimmst an die kommen auf den Grill ja das lassen wir uns doch nicht entgehen also viel nass von oben deswegen bleibe ich auch hier komplett herinnen stehen und ja da drüben geht es schon weiter bei meinem ersten Besuch wollten wir ja eigentlich Flanksteak auf Strindberg Art machen ja dieses mal sind es halt Rinderfilet und irgendwo da hinten war noch ein bisschen Schweinchen mit versteckt und aber und aber hört sich komisch an egal da ist der Bräuli was ist da drauf da habt ein Leberkäse versteckt und in Bacon gewämste Bohnen was wird das Gutes angebratener Pak Choi und daneben stehen Pellkartoffeln gut gut du wuchtest hier unsere Leberkäse Bällchen drauf ja hoffen wir ja mal dass die gut gewickelt sind ne ey die haben wir doch einmal frei zusammen gelunzt oder sehen wir nachher was schriften da ja ja apropos was war das hier Zwiebeln mit Senf die Kruste fürs Rinderfilet ok vielleicht kriegen wir da ja nachher noch mehrere Informationen also nur Senf und klein gehackte Zwiebeln oder ist da noch mehr drin ne nur Senf und klein gehackte Zwiebeln ok dann bin ich ja jetzt gespannt wie man da weiterverfährt oh man ich und meine Aussprache heute ich hab Hunger so Freunde der Pak Choi bekommt jetzt noch etwas Sahne etwas Salz etwas Pfeffer ja und dann wäre der auch schon soweit fertig so langsam wird es hier auch so so du willst die Dinger jetzt burning ja richtig schön Hitze von oben voll da rein hämmern voll da rein jaha da geht die Party ab ah ja und dann wird das sozusagen nur noch überbacken sehe ich das richtig? habe ich das richtig gesagt? ja hast du wunderbar als Kruste eben schauen wir doch mal hier nach der Leberkäse ist ja für Anwesende wo die anwesend bleiben aber der Rest wo wir heute noch verspeisen ja sieht doch schon ganz gut aus dann täte ich mal sagen ich bring schon mal nachher gleich die Cam rein und nachher können wir dann essen wenn ich mir das hier so anschaue dann kann man nicht vom aufgetischt reden sondern schon fast von aufgetafelt schaut es euch selber an also die Auswahl doch ja wir können hier jetzt so richtig schön schnabulieren wer soll denn das alles essen? na wir wir sind doch bloß zu dritt na vielleicht zu viert Leute ich belade jetzt mein Tellerchen und dann schauen wir mal Leute so habe ich es mir jetzt auf mein Tellerchen lecker Sößchen dazu aber ich muss jetzt sagen ich mache jetzt kein Probiererle vor der Cam weil ja ich bin hier Gast und will jetzt nicht unverschämt sein und hier noch länger die Leute aufhalten wir essen jetzt so Freunde dann kommen wir noch zum Fazit gestern bin ich da leider nicht mehr dazu gekommen eine Aufnahme zu machen es kam noch Besuch und dann hatte ich ja noch ein Live Video gut also Fazit die Leberkiesboller waren ja doch schon sehr lecker der ganze Rest was es gegeben hat sagenhaft wirklich genial der Pak Choi wenn man den noch so mit der Sahne macht und dann ein bisschen andickt die Soße also das ist eine richtig geile Beilage die Rinderfilets in Strindberg heißt es gell in der Strindberg jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr Strindberg Art und Weise überbacken wow richtig lecker werde ich mit Sicherheit zu Hause nachmachen ähm funktioniert ja auch mit Schweinchen haben wir ja auch dabei gehabt war auch sehr lecker was war denn noch hu jetzt muss ich schon wieder überlegen Rita hilf mir ja Pak Choi, Kartoffeln Leberkäse Rinderfilet und Bohnenpäckchen die Bohnenpäckchen mhm Bohnen mit Speck mit Bacon eingewickelt sind immer wieder genial gut Leute ich fahre jetzt noch kurz zum shoppen ähm hier im Ostfriesland Zeug einkaufen dass ich in Bayern ein Video machen kann hm was werdet ihr noch sehen aber ich kann euch versprechen das wird mal endlich mal wieder ein Video mit der Patricia mhm ok ich fahre jetzt shoppen und dann begebe ich mich langsam auf den Heimweg ob ich auf der Zwischenstation nochmal die Cam raushol weiß ich noch nicht ansonsten sehen wir uns aller spätestens nochmal ganz kurz wenn ich zu Hause bin also bis dann also Leute das darf nicht wahr sein jetzt komme ich hierher jetzt steht hier so ein komisches Dortmunder Auto mit dem Grill Junkie Aufkleber also das darf jetzt echt nicht wahr sein zu schauen weiter beschwerst dich über andere Leute weiß ich aber was tut da im Hintergrund Lass mich hier jetzt verschütteln.